Hallo zu Runde 7 Oh mein Gott, was ist hier los? Checker hat nicht gesehen was ich eingestellt hab Und ich hab ein bisschen was geändert Wir haben 3 Würmer Und sudden death Und? Wenig AP Und Items Ja So, und zwar wir haben Keine Items die verletzen können Ich bin dran Ok du bist dran Wir haben keine Items die uns verletzen können Wir haben keine Items die uns verletzen können Oh ok, verstehe Ja und aufgrund einer kleinen Atomkatastrophe in unserem Obstgarten ist hier leider Eile geboten Alter diese Zeit, ich krieg schon wieder Panik Panike 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 Panikenike Schnell Ja Na Ok Gesundheit Verstanden Fack Ich hab jetzt 0 gewonnen BOOM Ja Das war so geil Ah ok Wo? Ah hier aber nochmal Ah hier aber nochmal Ich hab mal die Kisten Ok Oh diese Zeit Ich hab's auch nicht normal Ich bin verspätet Ich bin verspätet Ich bin normal Nein 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 Ja Is gut Ich bin normal oh man Yoshi! Super! Teleporte! Ich so und sich denn? Nicht das, das will ich holen. Aber da bin ich safe! Doppelten Schaden! Das ist schon mal gut. Oh! Für dich? Wir alle Wirkung? Ne, wir wollen den wir exaktivieren... NERFE! NERFE! Was sind diese Metallkisten? Das sind keine Waffen? Nein, die Metallkisten sind so Threadpacks und sowas. Das wusste ich noch mal nicht. Und das da sind Waffenkisten. Nimm die Mine! Ich kriege gleich einen Anfall! Nein! Ich bin noch dran! Oh mein Gott, haben wir keinen Fallscherben? Doch! Doch, ich hab doch nicht so viel. Verstehst du das? Nein! Doch, meine Waffe! Nein! Die kriege ich, die kriege ich. Boah, das war schwer. Bananenbombe! Ach komm. Okay. Let's a go. Doppelten Schaden? Ach, das galt echt nur für die Runde anscheinend. Schade. Was? Nein! Nein! Ja, Mann. Nein! Nein, der Double Damage ist noch an! Ich glaub auch, wie riesig das ist! Oha! Ist das jetzt für immer? Bei dir? Weißt du was? Wir haben beide nur mal einen Wurm. Ja! Ich sag dir doch mehr für immer vorher. Nein! Du musst spannend bleiben! Da links ist ne Waffe! Da ist ein Teleporter! Nein! Ja! Ja! Malvusbombe! Ja toll! Feier ich total! Du merkst! Du kannst mit nem Stupser auch nen Doppelschaden machen! Du stupsst diese 10.000 Meter weit! Weil sonst würdest du mich ja 5.000 Meter weit schimpfen! Verstehst du das? Verstehst du das? Verstehst du das? Verstehst du das? Hey! Verstehst du das? Verstehst du das? Oh cool! Ich dachte es kommt nochmal doppelter Schaden! Doppel-doppel-doppel-Zeit! Ich wär schon ausgewiesen! Ich hab' gefunden! Hast du das nicht kommen sehen? Du hast es sogar angedeutet! Ja! Weil ich immer Zeitstress habe! Cool! Nochmal so ne Runde? Ja! Okay, passt! Gehen wir mal aus unserem Obstgarten raus! Und sehen uns! No! Diesem Gulo-Reichen! 5 zu 1? 6 zu 1? Ah, da steht es eh gleich! Ja! Ding! Und dann... Ja! Dann bis zur nächsten Runde! Bis zur nächsten Runde Leute! Tschau! 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1